Der Mr. Heater Little Body Indoor Safe Gas Heater eignet sich hervorragend, um Zelte, Wohnmobile, Gerüste, Werkstätten und vieles mehr zu heizen. Er ist sicher, wärmt über Stunden und ist leicht zu bedienen und zu verstauen. Legen wir los! Ihr Little Body Heizgerät ist sowohl für den Betrieb mit Propangasflaschen als auch Gaskartuschen mit Gewinde, wie zum Beispiel Primus Power Gas und andere 70-30 Mischungen ausgelegt. Stellen Sie sicher, dass Sie ausschließlich den Gasadapter mit CE-zertifizierten Body Heizgeräten verwenden und nicht mit Body Heizgeräten, die in den USA zertifiziert und verkauft werden. Ihr CE-zertifiziertes Little Body Heizgerät wurde speziell für den europäischen Markt und den Betrieb mit sowohl Propangas als auch mit Propan-Butan-Gasgemischen konzipiert. Zuerst nehmen Sie das Heizgerät aus der Verpackung und überprüfen Sie es auf etwaige Versandbeschädigungen. Suchen Sie nun nach der Bedienungsanleitung. Es ist sehr wichtig, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in der Bedienungsanleitung lesen. Verstehen und befolgen, bevor Sie das Gerät aufstellen und benutzen. Ihr CE-zertifiziertes Little Body Heizgerät hat einen eingebauten Regler. Verwenden Sie daher keinen zweiten Regler, wenn Sie dieses oder ein anderes Body Heater-Produkt verwenden. Jetzt können Sie das Little Body Heizgerät aufstellen. Zunächst entscheiden Sie, welchen Brennstoff Sie mit Ihrem Little Body Heater verwenden wollen. Denken Sie daran, dass Propangas am besten für den Betrieb bei sehr kalten Temperaturen geeignet ist, während Butan-Propan-Gasmischungen ideal für den Betrieb bei durchschnittlich kalten Temperaturen sind. Stellen Sie sicher, dass das Heizgerät ausreichend Abstand zu offenen Flammen oder anderen Zündquellen hat und da sich das Heizgerät kühl anfühlt. Schließen Sie eine 450 Gramm Butan-Propan-Gaskartusche ein, indem Sie zuerst den Adapter an den Little Body Heater-Regler anschließen. Verbinden Sie nun die Butan-Propan-Gaskartusche mit dem Adapter und stellen Sie sicher, dass die Kartusche während des Vorganges in einer aufrechten Position ist. Sobald alles angeschlossen ist, sprühen Sie die Verbindungspunkte mit Seifenwasser ein, um sicherzustellen, dass alles dicht ist. Bevor Sie das Heizgerät einschalten, stellen Sie sicher, dass keine entzündlichen Objekte in unmittelbarer Nähe zum Gerät sind. Oberseite 76 cm, Vorderseite 61 cm, Seite 15 cm, Rückseite 0 cm. Nun drücken Sie den On-Schalter und halten Sie ihn gedrückt. Überprüfen Sie, ob die Flamme erleuchtet. Halten Sie den Schalter 45 bis 60 Sekunden gedrückt, damit das Gas zum Steuersystem gelangen kann. Falls notwendig, wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Flamme brennt. Anschließend halten Sie den Schalter für weitere 30 Sekunden gedrückt und lassen dann los. Um das Heizgerät abzuschalten, betätigen Sie den Off-Schalter. Der Kipp-Schutzschalter ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, das in alle Mr. Heater Buddy Produkte eingebaut wurde. Er wurde so konzipiert, dass sich das Heizgerät ausschaltet, wenn es umkippt. Um den Kipp-Schutzschalter zu testen, warten Sie, bis die Heizfliese hellorange glüht. Nun kippen Sie das Gerät, bis sich dieses ausschaltet. Alle Mr. Heater Buddy Heizgeräte haben ein lebensrettendes Sauerstoffmangel-Sicherheitssystem, welches das Heizgerät automatisch abschaltet, wenn der Sauerstoffgehalt unter ein sicheres Niveau fällt und bevor der CO2-Gehalt ein unsicheres Niveau erreichen kann. Beachten Sie bitte die Lüftungshinweise in der Bedienungsanleitung. Wenn Sie das Buddy Heizgerät verstauen wollen, stellen Sie sicher, dass das Heizgerät ausreichend abgekühlt ist, bevor Sie es auseinanderbauen. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Platz auf, der frei von Schmutz und Ungeziefer ist. Wenn die nächste Kälteperiode da ist und es Zeit wird, das Heizgerät wieder zu nutzen, säubern Sie das Steuersystem und führen Sie alle Sicherheitschecks durch. Um das Steuersystem zu reinigen, benötigen Sie ein Wattestäbchen und Isopropanol. Entfernen Sie ein wenig Watte von einem Ende des Wattestäbchens und stellen Sie sicher, dass es passt. Tränken Sie nun ein Ende des Wattestäbchens mit Isopropanol und säubern Sie vorsichtig die Mitte des Steuersystems. Nun können Sie Ihr Heizgerät wiederverwenden. Besuchen Sie auch mrheater.com für weitere Produkte und Informationen.